Wissen Sie schon, dass Sie eine eigene Wasserquelle im Haus haben? Mit der Sie bis zu 50% Ihrer Trink- und Abwasserkosten einsparen können und sich unabhängiger vom Wasserversorger machen? Mit der Duschen einfach doppelt mehr Spaß machen kann? Diese bislang kaum genutzte Wasserquelle ist Ihr eigenes Dusch- und Badewasser. Aus diesem Wasser produziert Aqualoop sauberes, keimfreies Wasser, welches Sie nun wiederverwenden können für die WC-Spülung, die Waschmaschine und die Gartenbewässerung. Da Ihre eigene Wasserquelle jeden Tag neues Wasser liefert, benötigen Sie nur kleine Speicher, die in jedem Haus oder Vorgarten Platz finden. Viel Spaß beim Einbau von Aqualoop, Ihrer eigenen Wasseraufbereitung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie die eigene Wasseraufbereitung funktioniert und Sie Ihr Geld nicht mehr in das WC spülen, erfahren Sie in dem Video Aqualoop Wasseraufbereitung. WC spülen! Vielen Dank.